Während Sie kürzere Texte wie beispielsweise Essays oder Seminararbeiten bisher vielleicht sogar an einem Wochenende verfasst haben, so ist bei einem Schreibprojekt wie der Bachelorarbeit ein anderes Vorgehen notwendig. Nicht nur ist der Umfang größer, Sie sind vielleicht auch mit neuen Erwartungen konfrontiert, die Ihnen vielleicht noch unbekannt sind oder die Ihnen nicht ganz klar sind. In dieser Lektion beschreiben Lehrende der Universität Wien deshalb ihre Erwartungen an eine Bachelorarbeit explizit. Sie beschreiben außerdem, welche Kompetenzen Sie zum erfolgreichen Abschließen der Bachelorarbeit mitbringen sollten, aber auch, welche Kompetenzen Sie durch das Schreiben der Bachelorarbeit erwerben. Studierende der Universität Wien berichten, wie es war, die Bachelorarbeit zu schreiben und wie Sie mit Herausforderungen umgegangen sind. Des Weiteren schauen wir uns gemeinsam an, wie Sie mit ein paar einfachen Überlegungen Ihr Projekt planen können und Ihre Zeit realistisch einteilen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg mit dieser ersten Lektion.